Mit dem Modul-Sorba-Plan-Ausmass ist es dem Bauführer oder dem Projektverantwortlichen möglich, Plan direkt an PDF, DXF, DWG oder vergleichbaren Daten direkt einzulesen und ganz einfach zu vermessen. Mit den vielfältigen Einstellungen können Sie kurz die Zeit in gewünschten Massen erfassen und haben Sie dann direkt für die Kalkulation parat. Im Sorba sieht das folgendermassen aus. Wir sind hier in einem Projekt im Sorba-Dobby-Quick. Damit wir die Mengenfelder jetzt direkt aus dem Plan befüllen können, drücken wir doppelt auf das gewünschte Feld und öffnen hier einen neuen Zeichnungstisch. Das Sorba-Plan-Ausmass öffnet sich. Wir sollten den Hand von folgenden Dreischritten vorgehen. Erstens einen Plan öffnen, zweitens ein Referenzmass festlegen, drittens den Plan sperren. Fangen wir doch gleich an und importieren unseren Beispielplan. Wie Sie sehen, kann man diverse verschiedene Dateienendungen importieren. Von DXF und DWG über PDF bis hin zu einem normalen JPEG-Bild. Für unser Beispiel nehmen wir aber eine PDF-Datei. Jetzt platzieren wir den Plan. Und sucht unser Referenzmass. Wenn möglich, ein relativ grosses. Zum Beispiel die Länge hier. Wir tragen das entsprechende Mass ein und bestätigen das. Jetzt kennt Sorba den Massstab von diesem Dokument und kann alle Masse entsprechend interpretieren. Jetzt sperren wir den Plan, damit sich auch nichts mehr verschiebt. Wir können jetzt anfangen mit dem Ausmessen. Auf der linken Seite sind die jeweiligen farbigen Stifte, mit denen verschiedene Masse erfasst werden können. Es ist möglich, Flächen, Längen, Stücke und viele weitere direkt zu erfassen. Die Stifte sind den jeweiligen MPK-Positionen zugeordnet, damit es auch keines durcheinander gibt. Wir zählen jetzt mal die Lichtschächte mit einem blauen Stückzählerstift. Wenn wir alle markiert haben, können wir uns Sorba zurück wechseln und unsere Stifte aktualisieren. Jetzt sehen wir hier unsere zählten Lichtschächte. Zurück im Planausmass erfassen wir doch gleich einmal eine Fläche. Wir wechseln zu den Flächenmarker und ziehen diesen in die andere. Jetzt fangen wir an zu erfassen. Und voilà, wir haben unsere Stube fertig ausgemessen. Das war jetzt ein Beispiel von einer mehrkantigen Form. Machen wir doch mal eine einfachere Form, wie zum Beispiel der rechtdeckige Liftschacht hier. Für den stellen wir aber die rechteckige Funktion ein. Einmal anwählen und schon haben wir auch den ausgemessen. Das gleiche geht auch mit spezielleren Formen, zum Beispiel einem ausgefallenen Sitzplatz. So eine Form von Hand auf einem Planausmessen ist der Horror. Mit einem Sorba-Planausmass geht das mit wenigen Klicks. Und schon haben wir es ausgemessen. Man kann jetzt auch noch die Fläche vermassen. Für das wählen wir einfach die Funktion Teilflächen an. Und wir sehen die einzelnen Teilflächen. Wenn wir jetzt den Druck ins Sorba wechseln und wie sie Stifte aktualisieren, sehen wir die gleich ausgemessenen Flächen in der Übersicht unten. Wie wir sehen, wird die Fläche jetzt direkt aus dem Plan übernommen und kann für die Offerte oder die Rechnung verwendet werden. Wir hoffen, wir hätten Ihnen einen ersten Blick auf unser Planausmass geben können. Wenn Sie gerne mehr Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns doch unter info.sorba.ch oder per Telefon unter 071-224-0005. Geräusche Hier Squim cambio hier 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 werden genau